nicht so das was ich nur der Text-based-Adventure vorstelle kann man aber mal machen ja kann man natürlich durch das Texture-Pack keine Ahnung ob das hier fertig ist so ich glaube ich brauche hier oben einfach nochmal ein Crafting-Table hin wir haben ja nicht irgendwie schon fünf unten oder so ach du baust ein Giebel ja ich baue halt ein Dach ja ein Giebel Gammelfleisch wie es mich ankotzt das hallo darf ich vielleicht mal zur Tür rein nein nein scheint gerade wirklich so du nicht du kommst nie rein du sicher jetzt darf ich rein, schön ach ich könnte, hätte ja auch eigentlich so ein äh Tja ja, da habe ich da noch endlich die erste Ecke jetzt hätte ich ja auch so ein anderes Dach machen können ja Alter wie so ich ändere einfach mal hier mein Batch vor einer äh gefreut dass ich herausgefunden habe dass man Cleanstone damit herstellen kann dass du Cobblestone in den Ofen schmeißt da habe ich tatsächlich ein halbes Jahr für gebraucht bis ich das mal nachgeschaut gekriegt habe cool naja ich habe jetzt erstmal 5 Dias ich bin dafür dass wir uns irgendwann auch mal noch nen Alpha Client holen und ne Alpha Welt machen ja das wäre schon ganz cool das wäre schon ganz cool das könnten wir an sich machen so bist du Eierkopf ja was was hier jetzt einfach auch mal in die Mine runter ja also ich war schon sehr erfolgreich mit 5 Diamanten wow sauber tippt das ist meine erste Eisenspitze auch schon gleich kaputt ja epische Dachbauaktionen da da mit Michi und epischer Musik ja ich hab auch grad epische Musik ich nicht ich hab grad chillige Musik oder ist sie hektisch ach egal boah ich bin so schlau ich bin grad über ein Skelett drüber gesprungen ja das ist in der Tat schlau ich stell mich so hinter die Ecke seh es wollte es voll hart überraschen renn raus springen und bin vorbei gesprungen das war einfach so geil naja ich mach's ja einfach mal auf tiefe 12 oder 11 besser so genau äh älter äh ganz ehrlich die Upside-Down-Treppen die hätt ich teilweise auch wenn sie ja die sind wirklich nervig teilweise hier zum Teil aber zum Teil sind es auch cool ja oh da ist grad eine brennende Fledermaus die wurde schon mal von der Lava erwischt hm von vorne sieht es ja noch nicht so geil aus ich bin auch schlau ich bin auch schlau dann bauen wir uns hier ein bisschen durch die Lava auf und dann müssen wir hier übers Wasser komm schon fucker ah ich hab's geschafft hm also ich find hier grad voll viel nichts ach du findest echt viel ich auch ich find die ganze Zeit ich find dir eigentlich grad genau gar nichts also ich find Eisen zum Beispiel finde ich hier im Raum nennen Eisen habe ich elf auf welcher Tiefe bist du? ah tatsächlich bin ich aber grad elf deswegen ah ok ich hab Kohle tatsächlich gibt es aber die meisten jemanden auf Ebene 13 und soweit ich weiß oder nicht ok ich hab keine Ahnung egal ja das sieht besser aus egal äh ich hätte einen Vorschlag als Gesprächsthema ja dann und zwar sag mal die schöne Telekom und ihre nette Drosselung ach komm das Klima ist doch so ausgelutscht und jeder ist dagegen das ist wahr aber trotzdem mal das 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 A mit dran ist ja das sie wahrscheinlich auch noch durchgesetzt bekommen das werden sie sowieso das hat das find ich ja auch richtig bescheuert nein scheiße nein sollte eventuell das war natürlich schlau so viel zu den Diamanten ja und ich hab natürlich Keep Inventory nicht an deswegen so viel zu den netten Diamanten die Frage ist ob wir das anmachen will nein will ich nicht das wäre ja langweilig hm find ich gut schade ich hätte eine Werkwennschmidt nehmen sollen jetzt kann ich auch nochmal die Wolle mitnehmen und was zum Futtern brauche ich auch da haben ja nichts Alter diese Abs ja ich sehe Treppen die bringen mich noch in die treibe mich ja noch in den Wahnsinn kenn ich hm pixel zweit nach oben hängt du gehst dann oh stimmt ein Schwert wäre vielleicht nicht so schlecht noch mitzunehmen krass krass du kannst sicher einfach in den Lavapool waschen dein Zeug zurückholen ja weil das bestimmt auch noch da ist also Holz für ne Workbench so fucken check und ein paar Sticks könnte ich dann ja auch mitfrauen ja Workbench check ich nehme einfach direkt ne Workbench mit weil ich noch 2 mehr in meinen Kisten habe insgesamt nur blub blub na dann blub 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 То blub 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 can creoper närm ich auch gleich mit spinne ah, tötet sie ah, so 2 und 3 so, das halt brauche ich nicht, die kiste brauche ich jetzt gerade auch nicht ja, das würde ich jetzt noch motiviert genug, das auch auf der anderen Seite zu machen das Holz brauche ich nicht, die Steine nehme ich mit, die Sticks auch ich brauche irgendwas zum Futtern dann mache ich erst bald den Rest ja, mein Futter habe ich ja jetzt leider verloren ja, ich mache einfach mal Gammelfleisch ja, liegen drei Äpfel hinter dir ne, ne, ich futter jetzt einfach das Gammelfleisch Äpfel sind gesund! Das ist ein Apfel! ah, ich habe sogar noch dann ist ja gut ich futter jetzt das Gammelfleisch Zombie ah, ich schnappe jetzt einfach deine Stripmine und äh, mach da weiter nein, da mache ich weiter ne, sorry, aber ich habe den Ausgang in das Cave nicht gefunden, wo meine Stripmine war das Ding mache ich jetzt bei deiner Arbeit dann mache ich halt in die andere Richtung weiter das kannst du ja gern machen war eh geplant, dass ich über kurz oder lang in beide Richtungen wurde dann nehme ich dir hiermit ein bisschen Arbeit ab ja oh weh oh weh ich komme grad gelaber in meiner Playlist was wie jetzt gelaber ja, von dem Soundtrack halt da war irgendwie zwei, drei Sätze drin ich will meine fünf Diamanten zurück das ist jetzt scheiße tja das ist dann Situation, wo ich im Singleplayer in Creative Mode gehe das sind Situationen, wo ich im Singleplayer einfach cheaten würde das war meine Aussage über Too Many Items oder Not Enough Items oder Whatever oder über das tolle GIF-Command einfach das Zeug wiederholen das würde ich normalerweise auch machen aber da wir hier in den LP sind ja eben da macht man es halt nicht also Kohle gibt es hier wirklich viel zu viel habe ich so das Gefühl ja, ich habe so das Gefühl wir haben die Sportarten von Kohle erhöht ja das hatten sie doch schon vor Ewigkeiten erhöht mein ganz viel die wurden glaube ich bereits in der Beta-Phase immer mehr erhöht und das werden sie auch immer weiter bis es irgendwann keinen Stein sondern nur noch Kohle gibt ja was ist dann aber wirklich für den Arsch dann setzen sie so die Spawn-Rate auf eine niedrigere Höhe runter so das ist nur noch irgendwo nur noch Kohle ne meine Stein gibt es dann an der Oberfläche und wenn irgendwann runterkommt dann ist nur noch Kohle ja ist auch voll sinnvoll alter Scheiß-Skelett also 10 die die Leiter sind die 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 nicht die in es ist ja schmelzt die vier eisen ein die ich hier habe weil ich mir eine eisenspitz hacke machen will man ist gleich kaputt dann wollte ich mich weg schmelzt das eisen das ich gerade gefunden habe ein was 15 stück sind ja Kohle gibt es tatsächlich gerade etwas gut mehr viel zu viel ich würde sagen es gibt genug es ist genug für alle da viel neben dem Weg gibt es ja auch mehr und holen bloßeisen ich brauch sechs eisen für zwei spitzhacken ich hab gold gefunden Gold habe ich auch noch ja jo alter direkt neben mir ein skelett gespawnt ist und dann ich könnte mich jetzt ja langsam allemal ja ich glaube ich zu Haus fertig bin mach ich dann uns eine Farm ja das wäre cool so eine Weizenfarm Kartoffeln haben wir ja hinter eurem Haus schon angepflanzt ja auch jetzt bin ich die vier oder so sechs sechs sogar mehr wollte ich nicht euch erübrigen ja aber ich glaube ich muss lassen naja ne 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 so eine Fackel dass man hier was sieht so so es ist Tart geworden wow ich geh mal ganz kurz bei google minecraft über diamanten ich habe laba gefunden fünf bis zwölf ok das ist 12,6 am 1 gesagt einer zwölf bis 16 und höhe 12,6 soll die beste sein ja das heißt dann zwölf und 13 ist die beste höhe für die ja da bin ich und findet gar keine ja ich meine du kannst nicht erwarten alle zwei meter so hatte ich das aber mal